Ich spreche ein bisschen zusammen. Das ist die tiefste, die größte Schleuse. 36 Meter tief, also 36 Meter Wasserunterschied ist hier. Und die Schleusung dauert jetzt nur 15, höchstens 20 Minuten. Den alten Maschinenraum sehen Sie links. Links, das ist das Gebäude mit den Bull-Augen. 45 Minuten. Das dauert lange. Und jetzt, am linken Ufer, wo die Festung gebaut wurde, auf den Befehl. Kaiserin Katharina II. Der Schweiz. Wir sind noch auf dem Land. Und wir haben die Kozaks gesehen. Und Sie haben die Bilder gesehen. Und jetzt sind wir mit den Kozaks hier. Die Kozaks, die gehen zum Show. Und Sie sehen, das ist die Umgebung des Plots. Auf dem Plot. Die Fallisades. Die Fallisaden. Und Sie wissen, dass Sie hier etwas sehen können. Kannst du es doch so sehen. Das ist eine schnelle Bildung des Kozaks Mannes. Er sieht sehr wunderschön aus. Ich weiß nicht warum. Hop, flop, flop, flop. Oh, die Haar ist hier. Oh, die Haar ist hier. Oh, die Haar ist hier. Oh, die Haar betekent hier für die Heid. Das ist nicht so einfach. Man kann hier so stehen. Ja, das ist schön. Ja, ja, das ist schön. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin ein bisschen angry. Ja. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Vielen Dank. 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 It is today the 21st of July. The sun has come up. There is a few... It 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 is a few... Sebastopolu in der Crevina. Interessante Gebäude. Ich habe das Gefühl, dass das das Operhaus ist. Das ist die aktuelle Kei wir moeren. Hier sind schon Leute hier. Schwimmen, zumbatzen. Early morning. Auf die Schröten hier. Nichts eine Leech. Sie müssen ausklappen. Bei einer Ladder. Und es größer werden. Ich sehe, was das hier passiert. Hier sind die Ladder hier in der Wasser. Early Sommermorgen. Bastard. Das ist eine Gruppe von Russische Menschen. Nur für ein willkommenes Seminer. Ich sehe die Kapelle schon. Ich sehe die Kapelle schon. Ich sehe die Kapelle schon. und ein gewissermaßen und nicht mehr auf 들어가. Ich sehe die Kapelle schon. Ich sehe die Kapelle schon. Aber wir sind riesig im Nachklappen. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Das ist die Grieke, die die Grieken waren, und diese Stadt hat nicht gelebt bis zum 16. Jahrhundert nach Christus. Hier sind wir. Herzog. Herzog. Griek auf der Krim, Klassiker auf der Krim, Klassiker auf der Krim. Das ist die Zeit der Zee. Es gibt auch viele Russen, die das Platz besuchen. Die Kronik. Die Kronik. Die Kronik. Das war eine Nebelglocke. Oder eine andere Gruppe Touristen, von uns, wie wir selbst. Die Wladimir Cathedral. Er ist komplett neu gegründet und das letzte Jahr, glaube ich. Oder dieses Jahr. Die sehr schönste Anthons-Door der Neue Kassel. Der Neue Kassel. Der Neue Kassel. Der Neue Kassel. Das ist die Kassel. Daher in Februar 1945, Churchill, Roosevelt und Stalin zusammen zu diskutieren. Der Dividendhof von Deutschland. Ich versuche eine Bilder von der Flughafen. Churchill ist nach dem Airport. Der Neue Kassel. Er hat seinen Helfer als Vertreter des Staates geholfen, den Außenminister. Die Geschichte in Jauta, Februar 1945, der Geist von Deutschland. Wir sind in der La Vidia Palast und der Grand Dining Hall. Die Pravda, der 13. Februar 1945. Die fameuse Bildung der drei Lieders. Roosevelt ist bereits ein Sicker Mann. Around die Tafel. Ein spezieller Bildung über Stalin. Churchill mit Kuhn. Einander Fotograf von Roosevelt und Stalin zusammen. Auld der Garten, die Blöden, die Pläne und der Wälder. In den Jahren 1911, 1913. Die Tzar-Familie war hier für die Wälder. Also war der Garten für den Tzar. Der Tzar war hier in der Wälder, mit seinen Kindern. Das war der Garten. Wir sehen uns mehr Bildung über das später. Wir sehen uns mehr Bildung über das später. Wir sehen uns mehr Bildung über den Garten. Und in der Distanz. Und der Flę. Wir sehen uns mehr Bildung über die incompeteten. Wir sehen uns mehr Bildung über das różne Bildung über die Bereiche. Wir sehen uns mehr Bildung über die Bolle. Wir sehen uns mehr Bildung über die Bolle. Stalin, Roosevelt und Churchill. Das ist sie, sehr schön. Ja, sehr schön. Das war sehr frei. Die hatte eine spezielle relatie mit Hitler. Mit wie? Mit Hitler. Die hatte dann in 1999... Die waren in Noord. 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 Wieder ein Bild von draußen. Wir sind hier upstairs. Und die Häuser hier wurden gedauert. Zu Tzach. 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 Zeist. Trinkenkupp. Zu Tzach. Zu Tzach. Zu Tzach. Zu Tzach. Das erste Mal mit Sarwitsch. Er war 1994 und schon darüber schrieb er in seinem Tagebuch, war es, die Töchter waren im Kenner des Hauses, im Arzt. Ich bin in der Nacht von der Familie, deswegen kann man bei uns auch... Schick in the bed. Ex-Soviet-Durkern erst in der letzten Zeit. In der Ruhe ist der Staat eigentlich als politischer und als Staat seine Autos. Und dass der eine ein einziges ist. Er wollte als Beinbrachter, und den einen mit dem Sieger, sehen kann. Wir arbeiten. Weitere in Köln. Und das ist eine sehr gute Idee. Ich bin in der Ruhe. Ich bin in der Ruhe. Ich bin in der Ruhe. Eating table Sie konnten auf solche Weise ziemlich viel Geld sammeln. Die Spende für die Armen. In diesem Zimmer war, also das war Klassezimmer. Sie sind bezeichnet und nun noch ein schönes. 1914 war das ein Klauas in den Sie, so liegt viel im Westen, viel mehr im Westen. und die Wahrheit, wie es tatsächlich war, wie diese Familie war, wie Nikolai und die Sonne gemacht wurde, von Angegen auf den Blut gebracht. Und die Revolution hat Anastasia, also die letzten Studienforschung, die Anastasia gaben, die kannten solche Details, die den Fremden, es war kaum möglich, dass die Fremden so gewesen sind. Woher Wiesel wahrscheinlich offenbaren Kirkenbeke, es kommt vor, manche verstehen sich als Christen. Nochmals, again the beautiful garden, it is raining, so I am stopping to filmen. We are in Yala itself, it is quite a nice city and there is a lovely, lovely oefer-robenaar, you can walk along the sea. Many people walking here, it is about half past one in the afternoon. Looks very nice when they are here. This is one of the side streets, we are looking for an internet cafe if we can find. This is not casquade, look at the apartments, look at the balconies, the type of balconies they have. The port, entrance, light tower, people bathing here, but not fine sand, just, hey, motorbikes. Many things for sale, many things for sale, many things for sale. I am walking along the Pupor promenade. There are lots of clouds here and there. There are lots of clouds here and there. The mountains are covered in clouds. I am walking, so it is trameling a bit. The old lady collecting money. I am walking. Still walking towards the bus. Here we have been eating before. All busy places. Again, same walk. After the first month, advertisement for trips. For trips they can book. For fun. And for something else. Towards the end of the walk. Even here, a Lenin monument. A well known face. View here, a view there. And the view here. There are nice restaurants out here. As you can see. We do a run to the end of the tape. Driving through Yala. So you get an impression. A bit of a bumpy impression. So we are going home now to Sevastopol. After a full day. Overland. From Sevastopol to Yala. This is a bit of a crash ride. It's almost a hit. The cars. And you get slow again. All right. So, wow. Now you have a view of the Ayrop Yala. Also advertisements plenty. Apartments. A little bit better than what I've seen before. Sevastopol. 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 We are going right here. Look. Sevastopol. 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 There is a trolley line from Yalta to Semferopol. Sevastopol. 85 kilometers. Ukrainian battle station. That looks better right this one. The price is there. So, the way out of Delta. And you can see what a sad thing it is. Not at all nice. Not at all very nice. Same here. Hopla. Not so nice. So, just now we are arriving in the city of Sevastopol. After a drive over about one hour through the mountains. The last bit of this tape I'll try to show you. There is a fleet parade in Sevastopol today. The lunch festival and the presidents of Ukraine and Russia are apparently here. To participate in the celebrations. Now we are going down the street. So, we are now descending down. Definitely now, okay. That's the we are down there. Here is the vaat. The inner city has been closed. Because of these festivities. And the fuurt. This is our visit home. This is where the fleet is right. And the floaters. The railway station. Yeah. Das ist hier. Hier ist die Station. Nicht leicht zu finden. Meine Damen und Herren, wir sind Kriegsschiefe, einige von denen haben heute an der Militärparade teilgenommen. Und die neuen, die weißen Gebäude mit roten Dächern. Schicht der Schwarzmeerflotte sehen. Und das nächste Gebäude weiter rechts ist aus der Marine Offizie. Wir sind hier, unser Boot.